Willkommen zurück! Hier wie versprochen der zweite Teil zu Descartes. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns heute mit der dritten Meditation Descartes. An dieser Stelle ein kleiner Nachtrag zum letzten Video. Die zweite Meditation hatte ich ja mit einer kurzen Erklärung des Satzes Cogito Ergo Sum ziemlich schnell abgetan. Ich muss dazu sagen, dass Descartes diese Erkenntnis für notwendig hielt, da er die unumstößlichen Wahrheiten, die er vorher festgelegt hatte, noch in der ersten Meditation auch als mögliche Täuschung des bösen Geistes bezeichnet hatte. Das ist dabei irgendwie untergegangen. Die dritte Meditation ist wahrscheinlich das Kernstück der gesamten Meditation. Hier bildet er seinen zentralen Gottesbeweis, damit gewisse Erkenntnisse wieder gesichert werden können. Denn er hält weiter daran fest, ein gütiger Gott würde uns nicht täuschen. Interessanterweise lässt sich daraus sogar ein Gegenbeweis machen, aber das an anderer Stelle. Die zentrale These ist, dass ebenso viel Gehalt in der Ursache wie in der Wirkung stecken muss. Heißt, die Vorstellung eines vollkommenen Gottes kann aus nichts Geringerem entstanden sein, als der Inhalt der Vorstellung. Das klingt jetzt sehr abenteuerlich, ist aber eigentlich ganz einfach. Das ganze fußt darauf, dass Descartes davon ausgeht, dass Wirkungen nur aus einer gleichwertigen Ursache entstehen können. Was das angeht, teilt er die Welt in verschiedene Qualitäten von Substanzen ein. Dabei stehen Körper und Geist unter Gott. Was heißt das also aus seiner Sicht? Die Idee einer höher gestellten Substanz, also Gott, kann nicht aus der geringeren Ursache, also dem Verstand, entstanden sein. Ja, ich mag Descartes auch sehr. Zusammengefasst heißt das also, seine Argumentation ist folgendermaßen. Erstens, die Ursache kann nicht geringer sein als die Wirkung. Zweitens, es gibt die Idee eines vollkommenen Gottes in meinem Verstand. Drittens, demnach muss eine gleichwertige Ursache existieren. Viertens, nur Gott wäre vollkommen. Fünftens, Gott existiert. Das war soweit eigentlich auch schon mit der Zusammenfassung. Ihr merkt es schon, die Videos zu Descartes sind alle etwas kürzer. Es geht mir auf Dauer darum, seine Meditation in einer Videoreihe festzuhalten. Das wäre zwar auch in einem Video gegangen, das wiederum aber wäre viel zu lange geworden. Wir werden uns das Ganze am Ende auch nochmal in einer Übersicht anschauen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis bald.